Aber dass er damals ein Bier mit mir geteilt hat, fand ich absolut mega cool. Doch die Zeiten haben sich geändert. Ich habe Crystal Meth mitgebracht. Ziehen wir es uns als Vater und Sohn gemeinsam rein. Ist das eine gute Idee? Ich sag dir was, ich fang an. Und liebe Kinder, kein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. OMA GEI! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.